Liebes Tagebuch, heute haben Cat Noir und ich mal wieder einen Superschurken aufgehalten. Ein bösartiger Magier wollte den Eiffelturm in einer Rauchwolke verschwinden lassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Zum Glück konnten wir das verhindern. Aber ich kam zu spät zur Schule und tauchte mitten während eines Tests bei Madame Bustier auf. Das reicht, Marinette. Los, ins Büro des Direktors. Meine Eltern müssen einen Zettel unterschreiben. Mal wieder. Manchmal ist es schwer, Marinette und Ladybug zu sein. Ich finde es natürlich toll, eine Superheldin zu sein. Es ist fantastisch, Paris vor Hawkmost zu beschützen und all diese Unschuldigen zu retten. Aber auf der anderen Seite muss ich mir immer Entschuldigungen einfallen lassen, um Maman und Papa zu erklären, wieso ich zu spät oder weg war. Das gilt auch für meine Lehrer und sogar für Alja. Ich musste mir schon so viele Geschichten ausdenken, seit die Schule begonnen hat. Jedes Mal, wenn ein neuer Schurke auftaucht, muss ich unauffällig verschwinden und ihn bekämpfen. Wenn ich ein Versteck gefunden habe, sage ich... Tiki, verwandle mich! Ja! Und schon verwandle ich mich in Ladybug. Mit meinem Superanzug aus unzerstörbaren Fasern und meinem magischen Jojo. Niemand darf Tiki sehen. Sie ist mein Kwami, der mir nicht von der Seite weicht. Ohne Tiki kann ich mich nicht verwandeln. Sie verleiht mir meine Kräfte. Ich kann mit meinem Jojo unglaubliche Sachen machen. Die Schnur hat kein Ende. Und ich kann mich damit fortbewegen. Oder meine Gegner fesseln. Ich kann es sogar richtig schnell drehen, um es als Schutzschild zu benutzen. Meine Aufgabe ist es, den Akoma des Schurken zu fangen, um ihn aufzuhalten. Ein Akoma ist ein bösartiger schwarzer Schmetterling, der aus guten Menschen böse macht. Aber mit meinem magischen Jojo kann ich einen Gegenstand herbeizaubern, der mir hilft. Ich muss nur sagen... Glücksbringer! Jedes Mal taucht etwas Komisches auf. Ein Handtuch? Hä? Eine Schallplatte? Und ich muss rausfinden, wie ich ihn einsetzen muss. Ein Löffel? Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akoma. Dann fange ich den Akoma mit meinem magischen Jojo. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Und verwandle ihn zurück in einen harmlosen Schmetterling. Hab dich! Miraculous Ladybug! Wenn der Schurke besiegt ist, werfe ich meinen Glücksbringer in die Luft, um Paris zu retten. Das ist meine ultimative Kraft. Also, wie du siehst, wird mir nicht langweilig. Durch meine Mission, die Schule, meine Eltern, meine Freunde, Adrien und die Superschurken bin ich immer beschäftigt. Aber Ladybug zu sein ist einfach unglaublich. Mama und Papa sind wieder da. Ich muss sie bitten, den Zettel zu unterschreiben, den ich fürs zu spät kommen gekriegt hab. Was erzähl ich ihnen nur? Irgendwas fällt mir schon ein. Ich bin langsam geübt darin. Bis bald, liebes Tagebuch!